Regen, Regen und kein Ende. Wir merken es heute Morgen auch schon wieder. Von Westen ist ein neues Regenband aufgezogen Richtung Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg. Und dieses Regenband zieht einmal quer über Deutschland hinweg. Aber es ist noch jede Menge Nachschub unterwegs. Das sind die Regensummen der nächsten 10 bis 14 Tage. Und wir sehen hier im Westen Richtung Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, teilweise Baden-Württemberg. 100 bis 150 Liter Regen pro Quadratmeter. Die Westwetterlage ist wieder voll aufgelebt. Winde kommen hier aus Westen, zum Teil mit Sturmböen. Und die Orkangefahr wächst ebenfalls im Westen von Europas. Immer wieder wird viel Sturm und Wind simuliert in den Wettermodellen in den nächsten 5 bis 10 Tagen. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Aber nicht überall wird es gleich nass werden. Wir sehen es hier im Osten von Deutschland deutlich weniger Niederschlag. 15 bis 25 Liter Regen pro Quadratmeter in den nächsten Tagen. Also deutlich weniger als hier in der gesamten Nordwest-, West- und Südwesthälfte von Deutschland. Und dann wird es auch noch mal warm werden. Im Verlauf der nächsten Woche steigen die Temperaturen an Richtung 20-Grad-Marke. Also ein verfrühter Wintereinbruch ist weit und breit nicht in Sicht. Weder in den tiefen Lagen und auch nicht in den höheren Lagen der deutschen Mittelgebirge. Wir schauen mal auf die Regensummen der vergangenen Stunden. Seit gestern Morgen 8 Uhr. Besonders nass war es im Schwarzwald. Zum Teil um die 30 Liter Regen pro Quadratmeter. Und meist hat den meisten Regen Baden-Württemberg abbekommen. Einige Wetterstationen auch in Bayern haben um die 20 bis 25 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Da kommt aber wie gesagt in den nächsten Tagen noch einiges hinterher. Und aktuell fällt ja auch im Westen zum Teil kräftiger Regen. Die Höchsttemperaturen gestern im Südwesten ganz vorne mit dabei. 17,5 Grad. Die steigen noch ein bisschen an Richtung 20-Grad-Marke in der nächsten Woche. Und wo ist das Ganze einzusortieren? Wir schauen mal auf die Regensummen aller Oktobermonate seit 1881. Hier ist unser aktueller Oktober doch zum Teil ein bisschen nasser als im Vergleich zum langjährigen Klimadurchschnitt. Vor allen Dingen im Norden hat es sehr viel Regen gegeben. Und der Süden, der holt jetzt ziemlich auf. Und ganz vorne mit dabei ist unser Oktober auf jeden Fall bei den Temperaturen seit 1881. Das hier, das rote, der Kreis, ist die mittlere Temperatur in diesem Oktober 2023 bisher gesehen. Und wir sehen, wir sind im Bereich der fünf wärmsten Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ja, wie geht es nun weiter? Wir schauen auf die Regensummen bis Mittwochmorgen erst mal vom deutschen Wettermodell ganz frisch eingedrudelt. Und da stellen wir auch fest, vor allem hier im Südwesten, da kommt noch einiges vom Himmel runter. Zum Teil allein da bis zum Mittwoch 80 Liter Regen pro Quadratmeter. Ein Tief nach dem anderen zieht Richtung Westeuropa, Mitteleuropa und bringt uns eben diesen Regen. Wir schauen auf die Ensemble-Prognose für Passau bis zum 11. November. Und da tut sich eigentlich relativ wenig Neues auf. Es bleibt sehr nass und wechselhaft. Immer wieder Regensignale. Die Temperaturen anfangs 10 bis 15 Grad, später etwas kühler 8 bis 10 Grad Anfang November. Aber ein Wintereinbruch, wie gesagt, ist da erst mal nicht zu erwarten. Es wäre ja noch etwas zu früh Anfang November mit Schneefällen bis in tiefe Lagen. Das wäre schon eher außergewöhnlich. Und wir schauen auf die Großwetterlagenkarte. Und da sehen wir heute das steuernde Tief. Zeus, das liegt bei den britischen Inseln, bringt da viel Wind mit. Und es sendet uns immer wieder Regenwolken. Heute am Freitag, also ein sehr nasser Tag. Viele Wolken, immer wieder Regen. Temperaturen 9 bis 14 Grad maximal. Und vor allen Dingen im Westen ist es heute sehr, sehr nass. Auch die kommende Nacht bringt, wie sollte es anders sein, weiterhin Regen. Viel Niederschlag. Die Temperaturen gehen auf 9 bis 5 Grad zurück. Und zeitweise ist es heute und auch morgen windig. In den höheren Lagen, in den Gipfellagen, zum Teil auch stürmisch. Ja, und morgen am Samstag keine große Wetteränderung. Viele Wolken, Regenschauer. Die Temperaturen relativ unverändert. Um die 10 bis maximal 14 Grad. Vielleicht am Oberrhein auch schon bis zu 15 Grad. Viele Wolken, immer wieder Regengüsse. Sehr windig. Stürmisch auch am Sonntag in vielen Landesteilen. Viele Wolken, weiterhin zum Teil kräftiger Regen. Besonders hier im Stau der westdeutschen Mittelgebung. Viel runter, wieder bis zu 40, 50 Liter Regen. Pro Quadratmeter bis zum Sonntagabend. Und die Temperaturen nahezu unverändert. So um die 14, 15 Grad. Im Nordwesten mit 13 Grad. Ein klein wenig kühler. Und die neue Woche, ja, die beginnt auch sehr nass. Vor allen Dingen im Norden und in der Mitte. Viele Wolken, Regen. Und die Temperaturen steigen an auf 13 bis 17 Grad. Im Südosten knapp 19, vielleicht auch hier schon die 20 Grad. Und ähnlich geht es auch am Dienstag weiter. Ziemlich durchwachsen. Wahrscheinlich mal ein bisschen weniger Regen. Aber viele Wolken, wenig Sonnenschein. Temperaturen so 11 bis 14 Grad. Und dann kommt ja auch schon der 1. November. Ja, und auch der bringt keine große Überraschung. Was sollte schon sein? Neuer Regen aus Westen. Die Westwetterlage dauert weiter an. Temperaturen an allerheiligen 13 bis 19 Grad am Oberrhein. Vielleicht hier auch knapp die 20-Grad-Marke. Es bleibt im Grunde bei den unveränderten Temperaturen im Osten. Zeitweise mal ein bisschen Chancen auf Sonnenschein. Und der weitere Wettertrend. Nass, nass, nass. Windig, windig, windig. Vielleicht auch ein größerer Sturm. Donnerstag, Freitag, Samstag. Da tauchen immer wieder schwere Sturmberechnungen für Westdeutschland auf. Zum Teil mit Spitzenböen um 100 bis 110 Kilometer pro Stunde. Auch in tieferen Lagen. Das muss man weiter im Auge behalten. Am Donnerstag 10 bis 15 Grad. Freitag in einer Woche 8 bis 14 Grad. Und nächste Woche, Samstag, 7 bis 11 Grad. Noch kurz der Blick auf die Regensummen. Und zwar hier vom europäischen Wettermodell bis nächste Woche Sonntag, bis zum 5. November. Auch hier sieht man eindeutig, der Schwerpunkt ist im Westen. Besonders hier im Südwesten über 100 bis 140 Liter Regen pro Quadratmeter. Bis zum nächsten Sonntag, bis zum 5. November. Und hier Richtung Frankreich. Britische Inseln zum Teil noch etwas nasser. Über 150 Liter Regen pro Quadratmeter. Zum Vergleich auch hier nochmal der Blick bis zum 5. November. Aber vom amerikanischen Wettermodell. Auch da relativ ähnlich alles. Besonders hier im Westen, in der Landesmitte und im Südwesten nass. Knapp 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Und daran erkennt man unverkennbar die Westwetterlage. Ein Tief nach dem anderen drückt die Regenwolken in den Westen rein. Und deswegen ist es hier besonders nass. Im Osten kommt da deutlich weniger Niederschlag vom Himmel runter. Und damit bleibt die Hochwassergefahr besonders im Westen und Südwesten recht hoch. Die Pegel von Bächen und Flüssen steigen aktuell bereits an. Aber ein größeres Hochwasser ist momentan zumindest erst mal noch nicht in Sicht. Noch nicht. Wir müssen es weiter beobachten. Wir schauen auf die Ensemble-Prognose für Norddeutschland bis zum 11. November. Da tut sich eigentlich relativ wenig. 10 bis 15 Grad. Danach ganz normal. Ein bisschen kühler Anfang November. Ist ja eine ganz normale Entwicklung. Aber auch hier gilt, die Temperaturen bleiben meist bei 5 bis 10 Grad stecken. Und dazu immer wieder Regensignale bis zum 11. November. Und der Blick nach Westdeutschland. Auch hier keine große Wetteränderung. Meist Temperaturen 10 bis 15 Grad. Hinten raus so um die 10 Grad. Und immer wieder Regensignale bis zum 11. November. Also ein neues, stabiles, goldenes Herbsthoch. Herbsthoch ist bei uns in Deutschland in den nächsten 10 bis 14 Tagen sehr unwahrscheinlich. Die Westwetterlage hat sich einfach komplett festgesetzt. Im Osten relativ ähnlich. Hier sehen wir auch nochmal den Temperaturanstieg auf über 15 Grad, 16, 17 Grad zum Teil in der nächsten Woche. Danach etwas kühler um die 10 Grad. Und immer wieder auch hier einzelne Regensignale. Aber nicht ganz so nass eben wie im Westen. Hier kommt zum Teil deutlich weniger Regen vom Himmel runter. Der Blick nach Süddeutschland. Auch hier tut sich relativ wenig. Temperaturen 10 bis 15, 16, 17 Grad in den nächsten Tagen. Erst Anfang November ein klein wenig kühler um die 10, 11 Grad. Und dazu auch hier immer wieder Regensignale bis zum 11. November. Und zum Schluss noch der Blick in die Landesmitte hinein. Naja, auch hier keine großen Neuigkeiten zu erkennen. Es bleibt mild, mild, mild. 10 bis 15 Grad. Anfang November ein klein wenig kühler. Und ab und zu ist ja auch mal ein bisschen Regen mit dabei. Aber nicht so viel, bei weitem nicht so viel wie in der West- und in der Südwesthälfte. Gestern haben wir uns die Monatsprognose für November angeschaut. Heute schauen wir mal rein in den Dezember 2023. Der erste meteorologische Wintermonat. Wie könnte er temperaturtechnisch ausfallen? Naja, ähnlich wie Oktober, November, auch im Dezember. Rot gefärbt und das heißt ein bis zwei Grad wärmer als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Also eher ein sehr milder Monat. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht mal ein paar Tage gibt, wo es kalt sein kann. Mit Schnee, ein bisschen tiefe Lagen. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber gemittelt über den gesamten Monat wird es wohl eher mal wieder ein sehr warmer Dezember werden. Ist ja nicht verwunderlich. Auch die letzten Jahre brachten immer wieder sehr warme Dezembermonate bei uns in Deutschland und insgesamt in Europa. Das war's vom Wetter. Einen schönen Tag. Tschüss, bis bald. Das war's vom Wetter. Das war's vom Wetter.